Herzlich willkommen zu einem neuen Kraftwerk. In Johannes 6, die Verse 5 bis 10 begegnet uns ein kleiner Junge ohne Namen. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petros, Herr, hier ist ein Junge, der hat fünf ersten Brote und zwei Fische. Aber was ist das schon unter so vielen Menschen? Jesus forderte die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollten. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichten Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Tatsächlich ist es mir gar nichts über diesen Jungen. Er war aber die richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und dabei schien sein Mittagessen eigentlich nur ein Tropfen aus dem heißen Stein zu sein. Gerade für ihn ausreichend, aber viel, viel, viel zu wenig für 5000 hungrige Männer. Alleine dieses Hilfsangebot, Hilfsangebot Jesus unterbreiten zu wollen, war schon Dreistigkeit. Eigentlich hätte Andreas sich seinen Atem dafür sparen können. Und auch wir kennen diese Situation, wo uns der Feind einflüstert, was kannst du schon bewirken? Was willst du mit deinen paar lächerlichen Möglichkeiten ausrichten? Das ist doch viel zu klein und zu gering. Dabei weiß der Feind deiner Seele ganz genau, dass dein Weniges in Gottes Hand zu einer erstaunlichen Fülle werden kann. Und darum betreibt er ständig diese Entmutigung und Einschüchterungstaktik. Denkt nochmal zurück, ein Stein in der Schleuder von David reichte, um den Riesen zu besiegen. Ein Stab in der Hand des Mose, ein alter, ein altes vertrocknetes Holz. Und das Rote Meer konnte geteilt werden. Ein kleines, unschuldiges, hilfloses Baby in einer Krippe in Windeln gewickelt. Aber Jesus wurde der Retter der Welt. Und diese fünf Brot und zwei Fische in der Hand des Schöpfers der Welt wurden Nahrung für Tausende. Und der kleine Junge ging am Ende als Beschenkter mit zwölf Körper nach Hause. Ein unvergessliches Abenteuer für diesen kleinen Kerl. Gott kann mit deiner Hingabe, mit deinem Glauben Berge versetzen. Wir erinnern uns an die kleine, unscheinbare Nonne, die bekannt wurde als Mutter Teresa. An den Gefangenen auf den, auf Robben Island, der am Ende der erste schwarzafrikanische, südafrikanische Staatspräsident wurde. Nelson Mandela. Immer, wenn Gott jemanden findet, der, wie sagt man beim Pokern, all in geht, alles gibt, was er hat, kommt der Himmel auf die Erde und das Unmögliche wird möglich. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, ich soll dir sagen, unterschätzt niemals Gottes Möglichkeiten, aus deinem Leben etwas Großes zu machen. Bring ihm deinen Verstand und Gott wird ihn mit seinem Geist füllen. Bring ihm dein Herz und er wird es mit seinem Feuer entzünden. Bring ihm deine Zunge und er wird sie zu einem Werkzeug der Heilung gebrauchen. Bring ihm, was du hast, leg es in seine Hand und der Herr wird immer etwas Gewaltiges dabei herauskommen lassen. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unser Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie. Ich bin jemandem. Vielen Dank.